Hey you Leute, CryMix hier, was geht ab mit Paul Berger, heute gibt's mal wieder einen Tycoon in Minecraft und zwar, pass auf Alphastein hinter dir, wir spielen den Zombie-Tycoon! Wow! Das ist die Zombie-Version, schau! Alter, wir sind hier in der Zombie-Apokalypse, du hast dein Grundstück und ich muss mein Grundstück verteidigen, Leute, lass doch wieder mal ein Like und ein Abo da. Du hast Geld verdient! Du hast Geld verdient! Ich hab Geld bekommen, weil ich den Zombie erledigt hab und jetzt werde ich mir direkt was Nächste hier kaufen. Äh, nee, warte, kann ich hier was kaufen? Wie funktioniert das? Wie kann man denn hier was kaufen? Ich bin ein bisschen starker. Leute, wie funktioniert das hier? Zack, erst mal die Zombies erledigen. Oh Gott, hier sind richtig viele. Waffenhändler mit Zombiefleisch, kann man Waffen kaufen? Alter, wie krass ist das denn? Man kann was mit dem Zombiefleisch hier machen. Aber wie bauen wir die Base? Wie machen wir den Tycoon an? Ich weiß es nicht, man kann hier einen Shop, gibt's hier? Ey, wie krass. Ach Leute, man kann sich hier Items kaufen, glaube ich. Au! Warte mal, hab ich mir jetzt was gekauft? Ich weiß es nicht. Ah, du musst die Kiste. Warte mal, hier die Kiste und dann mal zwei Pick-Up-Speed, Stonebrick. Irgendwie sehe ich da nicht durch hier gerade. Verstehst du das? Ja! Dann erklär's mir mal. Wenn ich die aufmachen, dann Shift-Klicken, um was zu kaufen. Für Euro! Aber wo stehen denn da die Preise? Da steht Free. Oh, hey, bei mir kauft der nix. Shift-Klink! Ja, mach ich. Auf die Holzblock links kling. Warte. Hallo! Ja! Oh mein Gott. Okay, ach, jetzt verstehe ich das. Und die Items, die man kauft, die werden, die kommen dann quasi hier auf dem Dropper. Ja! Ah, oh mein Gott. Guck mal, ich kann so stehen, Bro. Alter, dein Konto ist auf jeden Fall nicht mehr leer. Ja, mein Konto ist voll, Dicke. Ja, meins ist auch voll. So, und was kann man jetzt hier bei dem Waffen... Alter, da kann man sich Waffen kaufen. Ey, wie krass ist das denn? Mit Zombies, nein. Dafür musst du Zombies besiegen. Ja, da muss man Zombie-Jäger dafür sein. Okay, okay. Also, Leute, so langsam verstehe ich den Tycoon hier. Bunker. Okay, wir brauchen auf jeden Fall krassere Waffen. Boah, man kann sich auch Rüstung kaufen. Und oh mein Gott. Oh mein... Ich glaube, warte mal. Was kaufen wir uns? Was kaufen wir uns, Leute? Alter, ich habe mir eine Shotgun gekauft. Oh, oh. Du kleiner Ekliger. Ja, geh weg, Junge. Ey. Ich mach dich platt jetzt. Du wirst dich auf. Wie viel Schaden macht die Shotgun? Wenig, Bro. Ey, das lohnt es ja gar nicht. Oh, 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 oh. Schon... Mein Zombie-Fleisch. Ey. Du kleiner Ekliger. Okay. Oh mein Gott, da sind voll viele Zombies. Außerdem schafft er ein Geld. Ey. Okay, okay. Okay, Bro. Er fängt direkt wieder so an. Er fängt direkt wieder so an. Mein Geld. Mach mir Geld da vorne. Du warst mir null Schaden von der Entfernung, Mike. Das bringt ja gar nichts, dieser Müll, Alter. Ey, Junge, so frech, wie viel Geld er wieder geklaut hat. Ich dachte, wir arbeiten hier zusammen in der Zombie-Abo... Ey, wie schlecht ist auch diese Shotgun, Junge? Die ist ja voll der Müll. Da mache ich mit dem Messer... Ja, du musst mehr kämpfen. Ich mache mit dem Messer ja mehr Schaden. Die Pistole ist sogar besser. Bro, das ist ja wirklich... Also, das ist ja wirklich absolut schlecht. Ich helfe dir sogar hier, Bro. Guck mal, ich helfe dir. Kein Problem. Ich helfe dir bei deinem Konto leer zu werden. Danke. Ich helfe dir dabei, dein Konto leer zu machen. Rastet. Mein Konto. Dein Konto ist leer. Es ist einfach leer. Das ist laut. Wieder. So, zack. Ja, das war meine Rache, Bro. Das war meine Rache. Gib mir mein Geld wieder. Nö. Okay, du wirst Stress. Dann kriegst du Stress. Ja. Du kriegst hier... Du kriegst jetzt hier richtig Beef, Junge. Kauf mir schon neue Waffen hier. Die sind gefährlich. Oh, cool. Wie viel Zombiefleicht hast du denn? Genug. Ich habe den nächsten Dropper. Ja. Du 1.000. Aha, den habe ich auch schon. Ist gar nichts Besonderes. Man kann Speed noch upgraden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Hier ist so... Also, hier ist richtig was los. Oh mein Gott, Bro. Wow. Zack. Und habe Speed geupgraded. Jetzt geht es noch schneller. Ach, du Heilige. Und... Oder hast du zurück? Ey, Bro. Hier ist so viel los bei mir mit Zombies. Ach, du Heilige. So, zack. Was kaufen wir als nächstes hier? Oh, die nächsten Sachen werden richtig... Ey, das ist Meggel. Was? Man kann seinen Bunker ja auch upgraden. Nein, 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 nein. Kann man nicht. Was? Ich habe das jetzt mal... Lol. Äh, ist auch gerade gekauft. Hey, nachmachen. So, ich habe das doch zuerst gesagt, dass man seinen Bunker upgraden kann. Glück nicht. Bro, also dieses Shotgun ist wirklich Müll. Ich habe gleich eine bessere Waffe. Die wirst du gleich spüren, Bro. Also, das ist echt cringe, Leute, die Shotgun. Ich habe gleich genug Geld. Aha. Ah, der spart auf diese Vollautomatische. Okay, okay. Wo heißt das? Ich merke schon. Diese Technik machst du hier, ne? Von der Abteilung bist du. Mir fehlt nicht mehr viel. Ich helfe dir ein bisschen. Ich helfe dir ein bisschen, dein Konto leerzumachen, Bro. Danke, Bro. Ey! Warte auf! Lass uns! Ey! Ey, Bro, du kleiner... Ey! Lass mich! Ich muss mein Konto schnell leermachen. Bro, es bringt wirklich überhaupt nichts. Ja, Jackpot! Was, Jackpot? Guck mal, wie viel Geld ich habe? Ja, super. Ach, wie viel noch 10.000 für das nächste Abkörper-Upgrade? Cool, Alfie. Aber weißt du, was schmutz nichts? Und kann die neue Waffeln? Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut, Leute. Und ich kann mir die jetzt leisten, Mann. Das ist überhaupt nicht gut. Könntest du schon ein ganz Geld auf den Boden werfen, Bro. Alter. Ja, los. Mach die Taschen auf. Niemals, Juge. Na gut, ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt, Herr Kramik. Jetzt kann die, was die voll... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab dich gewarnt. Bro, die ist ultra stark. Ich hab dich gewarnt, Herr Kramik. Ja, okay. Okay, okay, Digga. Wie ich alle platt mache. Hau ab jetzt. Bro, du hast so ein Glück, Junge. Ey, Leute. Geh mal lieber Zombies farm, Bro. Alles gut. Wenn du ein guter Gegner sein willst. Alles gut, Bro. Alles ist gut. Geh auf. Du kleiner, ekliger. Geh auf, Bro. Ich werd niemals aufgeben. Musst du aber. So, Leute. Ich hab jetzt hier schon den nächsten Dropper mitgekauft. Oh, ich hab nichts mehr wollen. Ja, den hab ich ja auch schon. Bro, den hab ich doch schon längst, Junge. Du Rentner. Du Rentner. Den hab ich doch schon längst, Junge. So, zack. Ich spürze nämlich auf die Minigun, Herr Kramik. Ja, vielleicht spürze ich auch auf die Minigun. Die würdest du nicht kriegen, weil ich ihm jetzt alles weg. Zack, hab mein Konto geleert. Ach, Mann. Was machst du jetzt? Du wirst nicht gewinnen. Ich will dich aufhalten. Ja, okay, okay. Ist okay. Du wirst sehen. Zack, zack, zack. So. Ich kann mir jetzt nämlich auch die Mini-MP holen. Hä? Wie? Ja. Du denkst, du bist der Einzige mit einer Mini-MP, ha? Wir waren schon immer Bros at Kramik. Ich darfst jetzt nicht vergessen. Nein, 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 Bro. Bei uns ist es vorbei mit der Broschaft. Oh, oh. Wir waren nie Bros. Mike. Was, wir können über alles reden. Nein, jetzt wird nicht mehr geredet. Ich weiß, Bro, du hast immer schwierige Zeiten. Ich war immer da. Nein, nein, nein. Du warst nicht für mich da. Oh, oh. Oh, oh. Wo bist du? Wo bist du, Kramik? Oh, oh. Oh, oh. Ja, merkst du mal, wie viel Schaden die macht? Das ist nicht der Vollstück. Tiga, die ist ultra OP. Oh. Du musst ja richtig benutzen können. Ja, ich kann die gut benutzen. Mach dir darum keine Sorgen. Nein, nein, nein. Oh, nein. Ey, war weg. Komm schon. Oh, nein. Mein Herz. Versuch gar nichts. Ah. Ich muss meine Base upgraden, damit du nicht mehr durchkommst. Ja, ich brauche auch mal langsam hier Base upgraden. Aber das ist voll der nice Tycoon, Leute. Oh, ich habe Fenster. Jetzt kommst du nirgends mit durch. Das ist ein sehr guter Call. Ich habe mir jetzt auch hier Fenster gekauft. Jetzt kannst du gar nichts mehr, Kramik. Alter. So, wie willst du jetzt in meine Base kommen, hä? Ich mach gleich die Tür auf. Aha. Kannst du gar nicht. Willst du sehen? Kannst du gar nicht. Die Zombies werden auch immer ein Stück. Was sind das die Zombies hier? Ja, die sind gefährlicher. Kommen größere Zombies, oder was? Ja, die sind so Kartoffeln. Hier kommen so Blutzombies. Ja. Oh, oh. Ich glaube, die Stufe wird immer härter. Ach, du Heilige. Das wird wirklich immer schwieriger. Es kommen eigentlich immer mehr, hä? Alter. Oh, die Zombies werden immer stärker. Ja. Was ist das? Oh, mein Gott. Wie viele? Oh, oh. Hä? Seid mal an. Oh, mein Gott. Man muss hier so krass seine Base verteidigen. Alter, wie stark die sind. Ich muss... Wirkliches ein Zombie-Überlebenspiel. Bro, muss los. Ja, Bro, wir müssen eigentlich hier überleben. Und wir killen uns aber nur gegenseitig weg. Da kommen Riss-Dombies. Alter, Mutanten. Mutanten. Mutanten-Zombies. Oh, mein Gott, Bro. Überlebe ich niemals. Ja, die haben mich hops genommen. Die haben mich einfach hops genommen, Leute. Ich brauche die Minigun. Ich brauche die Minigun. Ey, man braucht auf jeden... Oh, mein Gott, Bro. Was? Hatte ich niemals gedacht, dass das so stark wird auf einmal? Ey, die drehen ja völlig durch jetzt hier. Ich überlebe nicht. Magst du ein bisschen Team machen? Ja, okay. Lass jetzt mal kurz Waffenstillstand. Die rennen bei mir die Base rein. Oh, mein Gott. Die Fans. Die Fans kommen. Vor allem, man wird auch vergiftet von denen. Checkst du das? Oh, mein Gott. Ich würde dir helfen, Bro, aber es geht nicht. Das Haus ist voll. Bro, die belagern mich so. Ich sponge sogar in meinem Haus. Die machen meine Gatscheiben kaputt, sich gerade. Alter. Das ist zu krank. Was hier passiert, Leute? Oh, die stürmen. Die stürmen so rein hier. Hilfe. Nein, ich kann dir nicht helfen, Bro. Alles gut. Die nächste Wendung. Oh, mein Gott. Tür zu, Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Leute. Okay, ich habe auch den nächsten Dropper gekauft. Wir machen jetzt hier gutes Geld. Ja, das Ding ist, ich habe nicht auf Minigun gespart, weil ich habe mir jetzt erst mal Rüstung gekauft. Nein, die brauchst du nicht. Doch, ey, ich weiß, wie schnell du down bist immer. Ich zeige dir gleich, wie schnell du down bist mit der Minigun, Bro. Bist du bereit? Ey, mach kein Auge. Alter. Die Minigun ist super. Ich mache alle Platten eigentlich. Was? Wie viel kostet die? Wie viel kostet die Minigun? Ja, verschluck dich nicht. Wax, Bro. Bleib weg von mir. Guck mal, deine Glasscheiben. Ey. Oh, mein Gott, Gott. Also die Minigun, die macht ja wirklich schon. Ja. Ja. Geil. Down. Perfekt. Guck mal, mein Kanto. Ja. Wow. Ich will den nächsten Dropper gehören. Ich auch. Oh, oh. Aber warte mal, ich glaube, das kostet hier 5.000. Ah, mein. Guck mal, du kannst für 5.000 die Scheiben wieder reparieren. Mach kurz alle deine Scheiben kaputt, Bro. Und wieder reinkommen. Okay, du kleiner, ekliger. So, die Fall magst du alles schon reinspazieren. Das kranke ist halt wirklich, die Minigun macht One-Shot. Ja, die ist zu pein. Das ist wirklich geistkrank. Ich glaubste da draußen rum, mein Kriming ist gefährlich, Bro. Ja, Bro. Pass lieber auf, Bro. Du wirst dir nicht mehr sicher überleben, Bro. Oh, oh. Oh, nein. Danke. Komm ich aufgehoben? Ich weiß es nicht. Aber ich glaub, du hast es aufgehoben. Digger, du kleiner, eklige. Du kleiner, eklige. Oh, mein Gott, Bro. Oh, mein Gott, die werden immer stärker. Den Mutant kriegt man mit 2 Shots, doch mit dem Minigun. Ey, man braucht wirklich die Minigun. Anders, da geht's nicht. Ich hab's dir gesagt. Oh. Oh. Okay, okay, okay. Zombies. Ich mach jetzt alle platt. Das ist zu einfach geworden, das Spiel. Das ist wirklich einfach geworden. Aber ohne ist es zu schwer. Ohne Minigun hier. Weißt du, wer eine Minigun hat und wer nicht? Ich hab eine Minigun. Hä? Oh, oh. Hä, wo bist du? Du hast ja eine Zombie-Farm. So, let's go. Hä, wo bist du denn? Ach, da bist du. Ciao. Wo ist eine Zombie-Farm, Mann? Übrigens hab ich grad dein Konto geplündert. Wollt ihr nur sagen. Das wird Rache gehen, mein Crime-Ex. Wo bist du? Ach, Digger, er trifft mich. Ja, ich mach auch Schaden, Bro. Ich mach auch gut Tee. Gut Tee, gut Tee, gut Tee, gut Tee, gut Tee, Schaden. Aber ich werde gleich noch gutere Schaden machen. Ah, noch mehr gut Tee. Gut Tee? Ich hab ein neues Scope gekauft, ein Gut Tee. Aha. Wer will dir Stress? Ach, du heilige Grupp. Wie mach ich das drauf? Wie mach ich das jetzt hier gekauft? Ich checke hier manchmal nicht, ob ich das gekauft hab. Boah. Hast du nicht einen Stopp, ne? Wichtig, wichtig, wichtig. Oh mein Gott. Alter, flippst von mir. Wichtig, wichtig, wichtig. Warte mal, das können wir uns hier noch gleich mal kaufen. Es kommen viel zu viele, mein. Ach, hab ich aus Versehen in deine Richtung geschossen. Hör ich auch aus Versehen in deine. Ups, tut mir leid, Bro. Ich will es schnell zumachen. So, jetzt in Ruhe einkaufen. Jega, wie viel Geld machst du eigentlich gerade? Warum hast du nur so viel? Wir haben doch schon alles durchgekauft, oder nicht? Ein Pistol Ammo Dropper ist doch das Höchste für eine Million. Das hab ich nicht. Hä? Du hast doch schon eine Million, oder nicht? Nein, 400.000. Ach, warte. Bin ich jetzt durch? Wo hab ich vier Millionen? Ich weiß nicht. Ich hab vier Millionen. Jaja. Ach so. Und die Frage ist aber, hab ich das jetzt? Ich seh hier irgendwie nicht ganz durch. Sag mir, dass du früherst du viel Geld hast. Was können wir uns denn hier noch Schönes kaufen? Das hab ich noch nicht. Das hab ich noch nicht. Bringt ein Scope was? Ist das, braucht man das? Guck mal, meine Fenster. Die kriegst du das nicht mehr kaputt. Ah, du hast dir das Fenster-Upgrade gekauft. Ich kauf nicht kaufen. So, zack. Fenster-Upgrade. Sehr, sehr wichtig. Sehr gute Fenster. Sehr gute. Aber du bist nicht. Du bist schlechter Minecraft. Hey. Ah, für dich reicht's noch. Hä, 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 hä. Ich brauch 10 Millionen. Junge, das letzte Upgrade kostet 10 Millionen. Ey, das ist ja geistkrank. Aber guck doch mein Konto. Bist du das? Irgendwie machst du aber viel mehr Geld als ich. Und ich verstehe es gar nicht, weil ich hab auch alles gekauft. Hast du gekauft, das letzte? Ich glaub schon. Das geht noch weiter. Guck mal nach unten. Da gibt's einen Bunker. Ey, es gibt noch einen Bunker. Alter. Ähm, Max, Bro. Ich glaub, ich kann hier was zerstören. Nein. Sag mir nicht, dass du meine Base zerstören kannst. Ähm, warte mal. Alter, Bro, man farmt aber wirklich so krass. Irgendwas sollte jetzt passieren, I cry makes. Bis jetzt noch nicht? Bis jetzt passiert hier noch nix. Ich seh draußen auch noch nix. Moment. Jetzt müssen wir kurz enden. Hey. Auf. Alter, bei dir sind so viele Zombies. Wie geht das nicht an? Nicht einbrechen, Bro. Ich hab gar nix gemerkt. Man braucht drei Stacks Fleisch. Oh mein Gott. Vorher kann man das nicht anmachen. Oh nein. Drei? Da musst du wohl ein bisschen farm gehen jetzt. Ja, dich farm ich mit. Äh. Aber warte mal. Wie viel hab ich denn? Hab ich schon die 10? Oh, warte. Ich hab die 10 Millionen. Du brauchst aber drei Stacks Fleisch, Bro. Ja, okay. Dann wer jetzt zuerst die drei Stacks Fleisch hat. Der gewinnt. Dann musst du das, hast du den Bunker undchen? Ja, hab ich auch. Oh oh. Dann musst du in die Kiste dann drei Stacks reinlegen. Und wer die zuerst hat, wird gewinnt. Also bei mir läuft's schon sehr, es sieht sehr, sehr gut aus. Bei mir sehr, sehr gute. Ich hab schon eineinhalb Stacks. Sehr gute. Hey. So. Ich brauch mehr. Ich brauch mehr. Wie hast du? Wie viel Stacks, Bro? Ha ha ha. Ah. Ich hab ein und halb. Ich hab drei Stacks Fleisch. Nein. Wirklich? Da war nicht. Hier kommt irgendein Ton. Hier passiert irgendein Ton. Nein. Weißt du schon? Rotten Flash Energy. In die Kiste reinlegen? Online. Du hast nicht genug, oder? Du lügst. Doch, doch, doch. Das gibt. Target confirmed. Ich glaub, deine Base wird weggesprengt. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Irgendwas passiert da oben. Ich glaub, da kommen Flugzeuge. Wow. Alles wurde weggesprengt. Ich hoffe, es fliegt. Wuhu. I cry makes me. Let's go. Das hat doch nicht was. Wir konnten nicht verlieren. Ey, das war so knapp gewesen. Aber ich hab zum Glück... Ich hab Glück gespült. Ich hab nämlich zum Glück immer das Fleisch währenddessen noch weiter gefarmt. Und am Ende hat mich das gerettet. Und Leute, das war ziemlich nice. Der Zombie-Tycoon. Lasst gern Like und Abo da. Checkt gern Stahlverstein aus, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Und Leute, checkt doch gern die Paul-Berger-Limo aus. Tschüss. Und dann, bis dahin, haut da rein, 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 haut da rein.